Die Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsboot-Protokoll. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was ist das? Eine krone und geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Es ist Dr. Kim. Weg hier, weg hier! Nein, nicht weiter! Zieh dir einen an! Charlie! Weg hier! Weg hier, weg hier! Hallo und willkommen zurück zu Quantum Break Episode 3 Täuschung Viel Spaß und los geht's. Ich bin jetzt komplett ruhig. Ich bin jetzt halt für's. Jaino! Ich bin auf der Restriebsort. LF-Team, wir müssen die Umgebung überprüfen. Verstanden. Ich muss zur Hatch. Und was hatte Burke damit vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das Rettungsboot-Protokoll ist. Es ist ein Zufluchtsort. Für eine Reihe von unentbehrlichen Mitarbeitern von Monark, um eine Lösung zu finden, wenn sich der Strom gelegt hat. Unentbehrliche Mitarbeiter. Das heißt, ich wäre auch auf dieser Liste, nicht wahr? Nein, nicht, wenn es nach Paul Serene geht. Er weiß den Wert seiner Leute nicht zu schätzen. Gibt sich ganz seinen großen Idealen und Trugschlüssen hin. Wissen Sie, was ich für die schlimmste Idee auf diesem Planeten halte? Die Vorstellung eines Gottes, allein schon der Gedanke. Ein Wesen mit so viel Macht. Der Fähigkeit, willkürlich zu geben und zu nehmen. Eine derartige Macht. Sollte man fürchten und nicht anbeten. Und doch glauben Menschen an ihn. Genau wie sie an Paul Serene glauben. Sehen Sie, das Furchterregende an Gott ist nicht seine Macht, sondern dass er durchdrehen könnte. Paul Serene ist durchgedreht, Charlie. Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Das Ende der Zeit. Und hier kommen wir ins Spiel. Es ist zu riskant, die Schlüssel zum Königreich nur einem Mann zu überlassen. Wir müssen uns absichern. Es gibt den sogenannten CFR. Das ist der Schlüssel für unser Überleben und er muss sicher aufbewahrt werden. Aber solange Paul der Einzige ist, der Zugang dazu hat, ist es nicht. Hätte ich Zugang zum CFR, könnte ich einschreiten. Monarch wieder auf Kurs bringen. Und wenn das geschieht, werden die Karten neu gemischt, Charlie. Und zwar neu gemischt. Mit Ihnen als meine rechte Hand. Ich wäre auf der Liste. Mit Sicherheit. Dann müsste ich zurück zum Monarch. Eine solche Ausweitung der Zugriffsrechte kann nur von innen erreicht werden. Ich habe die Insel komplett abgesperrt, aber das Pumpenhaus auf der Westseite ist mit einem Versorgungstunnel unter der Bucht verbunden. Niemand kennt ihn. Niemand wird Sie sehen. Die Zeit läuft uns davon, Charlie. Sie sollten jetzt los. Commander Davies? Ja, Sir. Gehen Sie zum Labor. Es geht weiter. Das Erscheinen der Anomalien ist weiterhin unvorhersehbar, aber sie dauern an. Sporadisch, aber permanent. Ich muss sicher sein. Wenn ich das Protokoll einleite, gibt es kein Zurück. Mr. Serene, bei so etwas gibt es keine Gewissheit. Wir haben keinerlei Erfahrung damit. Wie lange? Wir haben nur Dr. Emeralds Simulation. Ohne ihre Bestätigung ist es schwer zu sagen. Sagen Sie mir einfach, wie lange? Das Joyce-Feld könnte innerhalb von acht Stunden kollabieren. Mr. Serene, wenn Sie fortfahren wollen, müssen Sie jetzt eine Entscheidung greifen. Wenn Sie die Fortfahrt müssen Sie jetzt eine Entscheidung greifen. Wenn Sie die Fortfahrt müssen Sie jetzt eine Entscheidung greifen. Wenn Sie die Fortfahrt müssen Sie jetzt eine Entscheidung greifen. Charlie. Hey, mein Freund. Wo willst du hin? Du hattest recht. Die Zeit endet, wie du gesagt hast. Und das Rettungsboot-Protokoll? Es ist ein Ort. Er wurde gebaut, um die Leute vor dem Riss zu schützen. Das Problem dabei ist, es gibt eine Liste und jeder, der nicht draufsteht, ist so ziemlich im Arsch. Wenn wir es zurück aufs Festland schaffen, kann ich uns auf die Liste setzen. Unsere... Diese Insel ist komplett abgeriegelt. Wie soll das gehen, Charlie? Es gibt einen Tunnel. Hey, hörst du, wenn du mich dieses Mal wieder anlügst, ich schwöre ich... Lass mich... Lass mich los! Ich bin es leid. Ich weiß nicht, warum du das alles tust, aber ich muss deinen Namen nicht auf die scheiß Liste setzen. Was haben Sie gemacht? Dem geht's gut. Ich sag dir, warum du mich auf die Liste setzen wirst. Ich hab eine schwangere Frau zu Hause. Und sie ist das Einzige, woran ich im Moment denken kann. Und wenn du verhindern willst, dass ich sie beschütze, dann schwöre ich bei Gott. Nächstes Mal wirst du nicht wieder zu Atem kommen. Du gehst vor. Ich sag dir, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde dich befreien, mein Freund Deine Gefangenschaft bedrückt mich Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst Zurück in die Unendlichkeit Ich werde dich befreien, mein Freund In welchem Monat ist sie, Ihre Frau? Im dritten Look what Oh 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 Oh. Scheiße, was ist das? Wir sind unter der Bucht. Liam? Raus hier! Schnell! Zurück! Zurück! Weiter! Zurück! Seid ihr okay? Ja. Ja, und du? Alles gut. Runter auf den Boden! Runter! Hey, nein, 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 wir gehören zu Mona! Habt ihr mich verstanden? Nein! Auf den Boden! Hey, nein, 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 hey! Ich hab die Meldung gemacht. Ich gehör zu Hatch. Wincott? Ja. Wer ist sie? Sie ist Krononwissenschaftlerin. Sie ist wichtig. Wir müssen sie sofort zum Monarch bringen. Bitte. Auch, dass sie hier rauskommt. Sofort! Ja. Gibson, ich habe Birk. Fiona! Fiona! Fiona, du musst mir zuhören. Hey! Du Arsch! Du hast ihn umgebracht! Scheiße! Hey, ich wusste doch nicht, dass sie ihn gleich erschießen! Was hätte ich denn tun sollen? Hä? Du hast mich verarscht und dann entführt! Hier geht's nicht um dich, Charlie! Klaust du gerade den Wagen? Mach einfach, dass du wegkommst! Nein, du brauchst mich! Ich hab, was ich von dir gebraucht habe. Ja, das bin ich schon gewöhnt. Mach doch endlich die Augen auf! Das Ende der Welt steht bevor und ich versuche es zu verhindern! Ja, eine echte Held! Fick dich! Fick dich! Eine Krankenschwester, hm? Bin gleich da! Börig, du Schwein! Weißt du, ich werd's genießen, deine Frau Köppen! Nein! Okay. Commander Davis, Davis und sein Team, gute Männer, Monarchs Elite, Paul, Paul, und meine Medikamente? Ich fürchte dir auch. Sie wissen, was das bedeutet. Sie können nicht mit Sicherheit sein. Ich bin ein toter Mann! Weg! Er will mich dafür büßen lassen. Er will mich leiden lassen. Bis zum Ende. Joyce und Wilder. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, während sie als vermisst galt. Sie wusste, wo ihre Medikamente waren. Sie wusste, wie kompliziert ihre Krankheit ist. Und sie wusste, dass sie ohne die Medikamente sterben würden. Sie hat sie entwickelt. Und dann nahm sie sie ihnen weg. Sie müssen sie finden, und zwar sofort. Und was soll dann mit ihr geschehen? Das entscheide ich, wenn sie wieder hier ist. Ich bin sicher, dass sie nicht mehr als vermisst. Sie war dort ja so, wie automatisch. Dann brauch sie mir. Sie war dort ja so, wie viele Kinder. Ich bin sicher, wenn sie nicht mehr als vermisst. Ich bin sicher, wie viel Kinder sind. Sie sind so nicht wegen der Niveau überwinden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir müssen gehen Gehen? Wozu die einen? Emily Come Come on! Was ist denn da los? 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 Emily, bei Monarch bekam mein Leben, bekam mein Lebensstruktur, mit dir bekam es Sinn. Ich tat es um dich zu schützen und um uns zu schützen. Unsere Familie. Ich tat das alles für unsere Familie. Aber Emily, du musst auf mich hören. Etwas Schreckliches wird geschehen und ich werde dir alles erklären, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen sofort weg. dich. Bitte. Bitte lass mich dich. Ein letztes Mal. beschützen. Bitte. Bitte. Ich bin's doch. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Okay? Okay? Wir müssen los. Wir müssen sofort weg. Okay? Ich bin's. Und jetzt das. Hier ist Pierce, ich bin am Standortlabor, Sir. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. I will, dass er festgenommen wird. unverzüglich.